Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, und zwar in Mecklenburger Platt, das muss ich dazu sagen. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, und zwar in das Land von den Juden, nach Daphid, statt Bethlehem, weil der König Daphid ein von seinen Vorfathers weist wird. Josef aber ging zusammen mit Maria, seinen Frau, und sie teuften, ob ihr erstes Kind. Und als sie denn in Bethlehem werden, da kam Maria, ihr Tid. Und sie höhle den ersten Söhnen in den Arm, dem in Lindeuge, und lähe ihm in der Häuf von der Kripp, soß wir doch kein Städt. Doch wir noch was Schäpes, nicht weit auf in die Nacht, wie er schaub, ob die Koppel bleiben. Und um Mal käme, taue er die Engel. Herrgottes Licht stöhne um ihr All, und die Schäpes würden bang. Aber die Engel seht, weist man nicht bang. Ich bring euch Freude, die größte Freude für alle Menschen auf der Erde. Für euch ist heute Heiland geboren. In Daphid sind statt, und hei ist Christus, der Herr. Und das nimmt das Zeichen. Ihr findet das Kind in Lindeuge, ob das Heu von der Kripp. Und dann werden wir noch mal all die anderen Engel wie ihr und um ihr, und sie singen all to hope. Gott in Heben, ihr und Dank. Und Frieden für die Welt und alle Leif für die Menschen.